Hast du auch zu wenig Energie? Hast Schlafprobleme, Probleme damit deine Stimmungen zu regulieren? Hast du vielleicht auch ein bisschen zu viel Gewicht und trägst zu viele Kilos mit dir rum, aber dein Stoffwechsel läuft nicht so richtig und hast Probleme Fett abzubauen? Hast du Probleme deine Konzentration zu halten und mit deinem Gedächtnis? Und hast du zu viel Stress, den du einfach nicht schaffst loszuwerden? All diese Probleme sind Begleiterscheinungen des Alterns. Jetzt stell dir einmal vor, du könntest die Uhr zurückdrehen und das Altern zurückschrauben. Wäre das nicht wundervoll? Ist es möglich, den Prozess umzukehren, sodass wir uns unser Leben lang fühlen, als wären wir in unseren Zwanzigern mit unglaublicher Energie strotzen und wieder glatte Haut haben? Wissenschaftler und aufkommende Studien sagen, ja, es ist möglich. Wie das funktioniert, wie du wieder zurück in dein bestes Ich kommen kannst, das zeige ich dir heute. Also, bleib dran! So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Anja, ich bin Spezialistin für ätherische Öle und Wellnessberaterin der wundervollen ätherischen doTERRA-Öle. Noch vor 100 Jahren war die Lebenserwartungen der Menschen viel, viel geringer, als es heutzutage der Fall ist. Die Lebensspanne wird immer länger, was allerdings leider nicht bedeutet, dass unsere Gesundheitsspanne ebenfalls so gut ist. Das heißt, wir leben zwar länger, aber unsere Gesundheitsspanne ist wesentlich kürzer. Patientenstudien der kompletten EU haben gezeigt, dass bis zu 80% der Bevölkerung eine schlechte Stoffwechselgesundheit haben. Und unsere Stoffwechselgesundheit ist gleichbedeutend mit unserem biologischen Alterns. Das heißt, es ist nicht das Alter, das wir in Jahren sind, sondern wie alt unser Körper ist, wie uns um unseren Körper steht und um unsere Stoffwechselgesundheit. Unser biologisches Alter steht auch in direkter Verbindung mit unserer Energie, unserer Haut, mit unseren Entzündungswerten, mit unserer Stimmung, mit unserem Schlaf, mit dem Altern und auch mit unseren Blutzuckerwerten. Das bedeutet, dass 8 von 10 Menschen mindestens einen Risikofaktor für Herzerkrankungen, für Schlaganfälle und für Diabetes in sich tragen. Und hier wird, glaube ich, klar, wie wichtig unsere Stoffwechselgesundheit ist. Und jetzt stell dir einmal vor, du könntest die Uhr zurückdrehen und das Ganze rückgängig machen. Klingt einfach unglaublich. Wissenschaftler und auch kommende Studien zeigen uns, dass das Ganze möglich ist. Wie funktioniert es? Und an erster Stelle steht, dass wir wieder gesunde Gewohnheiten für uns entwickeln und einen gesunden Lifestyle führen. Was bedeutet, dass wir ein Bewusstsein für unsere Ernährung bekommen, dass wir schauen, was wir essen, was geben wir denn hier rein in unseren Körper, dass wir natürlich auch uns genügend bewegen, aushohen, schlafen und unserem Körper die Ruhepausen geben, die er braucht. Dass wir gesunde Beziehungen führen, die unserem Herzen und unserem mentalen Körper einfach gut tun. Und außerdem, dass wir schlaue Nahrungsergänzungen zu uns führen. Und genau hier kommt das neue Metapower zum Einsatz. Das Metapower-Paket ist ein bahnbrechendes Produkt, das mit nichts anderem vergleichbar ist auf dem kompletten Weltmarkt und wurde dafür entwickelt, die natürliche Alterung umzukehren. Dafür werden natürlich wie immer nur 100% natürliche Produkte verwendet. Und was es genau damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt mal an. Der erste Schritt des Metapower-Programms ist das Metapower-Öl. Und das Metapower-Öl ist eine Kombination aus den ätherischen Ölen Zimt, Zitrone, Grapefruit, Pfefferminze und Ingwer. Es gibt in der Kombination einen Synergieeffekt, um den Heißhunger zu lindern und deine Fettgewebe und deine Fettzunahme zu reduzieren und die Stoffwechselgesundheit zu unterstützen. Der eine oder andere denkt sich jetzt vielleicht, hm, habe ich doch schon mal irgendwo gehört, gab es da nicht mal ein Produkt namens Smart & Sassy mit den gleichen Inhaltsstoffen? Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie wichtig die Kombination und die Konstellation der verschiedenen ätherischen Öle sind. doTERRA hat nämlich genau dieses Öl nochmal überarbeitet und jahrelang nochmal weiter geforscht und geguckt, gibt es denn nicht noch eine bessere Möglichkeit, dass das Öl noch effektiver ist. Und obwohl es die gleichen Inhaltsstoffe beinhaltet, ist die Kombination einfach minimal unterschied, aber der Unterschied in der Wirkung ist gravierend. All das könnt ihr auch nochmal auf doTERRA direkt nachschauen und ich verlinke euch das unten in meiner Beschreibung. Das Metapower Öl gibt es in drei verschiedenen Varianten, wie du die anwenden kannst. Und zum einen das Metapower Öl, das kannst du in dein Wasser geben zum Trinken und bei mir ist das in jedem Wasser drinnen. Das hat bei mir schon fast die anderen Öle abgelöst, die ich mir natürlich noch ab und zu trotzdem nochmal gönne, aber das Metapower, das schmeckt einfach super lecker, erfrischend, gibt die Energie und der Heißhunger ist wie weggeblasen. Die zweite Möglichkeit sind die Beatlets und die Beatlets sind so kleine Kügelchen, die ideal für unterwegs sind. Da kann man sich einfach ab und zu mal ein, zwei Kügelchen auf die Hand geben, ein, zwei, drei, je nach Geschmack. Und ein von Kügelchen beinhaltet ungefähr einen halben Tropfen ätherisches Öl und die kann man dann einfach zwischendurch mal einnehmen. Entweder direkt rundes klucken oder im Mund zerplatzen lassen, geh nach Belieben. Die dritte Variante sind die Metapower Softgels. Das sind einfach fertige Kapseln zum Einnehmen und die kannst du ein bis drei Mal am Tag zu deinen Mahlzeiten einfach zusätzlich mit einnehmen. Wann immer unser Glucoselevel ansteigt, altern wir. Wann steigt er an? Natürlich, wenn wir etwas essen und am schlimmsten Fall, wenn wir uns natürlich auch noch nicht richtig ernähren. Deswegen ist eine richtige Ernährung grundlegend schon mal sehr wichtig, aber dennoch wird bei jedem Essen unser Glucoselevel einfach ansteigen. Da jeder Mensch einfach individuell ist, hat auch jeder Mensch eine unterschiedliche Glucoseverstoffwechselung. Das heißt, jeder Mensch verarbeitet den Blutzucker, die Glucose einfach anders. Deswegen sind manche Menschen sehr empfindlich, was das angeht. Und bei denen schießt sogar bei einer Karotte der Blutzuckerspiegel schon unter die Decke. Ein erhöhter Blutzucker ist nicht nur schlecht für die Alterung, sondern vor allen Dingen auch für unser Energielevel. Vielleicht kennst auch du das, dass du nach dem Essen regelmäßig in ein Loch fällst. Und genau für diese Schwankungen ist die Stufe Nummer 2 das Metapower Assist. Dieses enthält das Metapower Öl mit ein bisschen mehr Zimt, Maulbeere und Berberien als Inhaltsstoffe und diese sorgen für einen ausgeglichenen Blutzuckerspiegel und somit sorgt es dafür, dass du den ganzen Tag über ausgeglichen genügend Energie hast über den Tag verteilt. Zwei Dinge sind entscheidend für unseren Körper, für das Thema Altern. Und beide dieser Dinge kommen natürlich in unserem Körper vor. Allerdings ab dem Moment, wo wir 25 Jahre alt werden, fängt unser Körper an, das beides abzubauen und somit wird das immer weniger. Zum einen ist es das Kollagen. Kollagen ist für die Elastizität und die Festigkeit unserer Haut zuständig. Es unterstützt unser fettfreies Gewebe und somit auch unsere Bänder und Muskeln. Außerdem unterstützt es die fettfreien Gewebe in unserem Körper, das heißt unsere Muskeln, unser Bindegewebe und auch sämtliche Bänder. Zum Beispiel unser Kniegelenk besteht aus natürlich vorkommenden Kollagenen. Das zweite ist eher unbekannt und nennt sich NAD+. Das NAD Plus ist dafür zuständig, dass unsere Zellen funktionieren, wie sie funktionieren und die Energie haben, die sie zum Überleben und auch zum Funktionieren brauchen. Hätten wir in unserem Körper kein NAD mehr, hätten wir quasi keine Überlebenschancen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Praktische Studien weisen darauf hin, dass die Zuführung von NDN unseren natürlichen NAD Plus Spiegel wieder ansteigen lassen kann. Das Problem daran ist, dass die auf dem Markt erhältlichen NDN Präparate synthetisch sind, welche die Nebenwirkungen haben, dass wir uns schnell erschöpft fühlen und auch Gedächtnisprobleme haben. Was ja wiederum nicht zu dem passt, was wir eigentlich machen wollen. Und jetzt kommt die gute Nachricht und genau das Produkt, der Schritt Nummer 3, was das Metapower System so einzigartig auf dem Markt macht. Denn jetzt kommt das Metapower Advantage. Das Megapower Advantage enthält Marine Kollagene und natürliches MDN, was quasi fast unmöglich zu finden ist. Außerdem enthält es 10 verschiedene weitere Inhaltsstoffe, die die Funktion der Zellen optimal unterstützt. Das Advantage ist ein kleines Pulver, an dem du einmal am Tag ein Sollenpäckchen in dein Wasser füllst. Auch das Marine Kollagen in dem doTERRA Produkt ist einfach einzigartig. Es wird hergestellt aus verschiedenen Kaltwasserfischen, die nachhaltig aus Meerförserfischen, großen Teils aus Italien gewonnen werden. Aus pflanzlichen Produkten lässt sich leider kein natürliches Kollagen gewinnen. Genau deswegen achtet doTERRA auch wieder ganz besonders auf die Nachhaltigkeit der Fische, die hier eben verwendet werden. Und auch das Kollagen, das hier drin enthalten ist, ist auch wieder ein absolut einzigartiges und ganz besonderes auf dem Markt. Denn die meisten anderen natürlichen Kollagene, die es auf dem Markt gibt, die enthalten immer nur ein bis zwei verschiedene Kollagenarten, die meistens gerade auf die Haut und auf die Straffung abgezielt sind. Dieses Wundervolle enthält zwölf verschiedene Kollagenarten, die nicht nur für die Haut gut sind, sondern auch für viele weitere Themen, die hier nochmal nachlesen könnt. Das Weitere ist, dass bei den anderen Produkten nur ungefähr 30 Typertide enthalten sind. Das heißt, das hat was mit der Bioverfügbarkeit zu tun, wie gut unser Körper denn das Kollagen überhaupt aufnehmen kann. Genau auch hier ist wieder wichtig, dass wenn du das zu dir nimmst, dass dein Körper dieses überhaupt annimmt und verwenden kann. Und diese 30 Typertide sind leider einfach viel zu wenig und der Körper kann die überhaupt nicht aufnehmen. Und das Tolle ist, bei diesem Produkt hier, das hat bis zu 70 Typertide und hat somit eine extrem hohe und einzigartige Aufnahmefähigkeit für den Körper. Alle zwölf Inhaltsstoffe, die hier kombiniert wurden, sind wiederum synthetisch darauf abgezählt, dass sie in der Kombination, so wie sie sind, die größtmögliche Unterstützung für unsere Zellfunktion sind. Somit auch für unseren Energiehaushalt, für unsere Haut, für unsere Alterung und natürlich auch für unsere biologische Alterung, worum es ja eigentlich geht und ist somit einfach absolut einzigartig auf dem Markt. Also, komme zurück in dein bestes Ich und werde einzigartig, so wie diese einzigartige Box hier. Und wenn du jetzt loslegen möchtest, dann kannst du direkt hier unten über meinen Link dir dieses tolle Paket bestellen. Und das Tolle ist, zu deiner Bestellung bekommst du automatisch mich als deine persönliche Beraterin rund um dieses Paket, aber auch natürlich rund um alle anderen Themen, die es mit ätherischen Ölen, die es um deine Gesundheit, deine Wellness, dein Wohlbefinden mit einer natürlichen Lösung zusammen in Verbindung steht. Und außerdem hast du die Möglichkeit, ein Jahr lang alle Produkte von doTERRA, also auch die weiteren davon, wenn du dann dich so sehr ölverliebst wie ich, davon und auch alle anderen ätherischen Öle, die dich und deinen Lifestyle unterstützen, zu minus 25% bekommst. Also nicht mehr warten, leg los und komm in dein besseres Ich. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann zeig mir das doch gerne mal in Form von einem Daumen oder einem Kommentar. Und wenn du meinen Kanal bisher noch nicht abonniert hast, aber deine gesunden Gewohnheiten auch natürlich verbessern möchtest, dann abonniere jetzt meinen Kanal und folge mir gerne auch auf meinen anderen Kanälen, wie meinem Podcast. Alle Folgen, die du hier sehen kannst, kannst du auch als Podcast dir anhören oder auch auf meinem Instagram-Kanal, wo ich immer viele Tipps über meinen Alltag, meinen Lebensstil mit ätherischen Ölen mit dir teile und meine Tipps weitergebe. Und dann abonniere unbedingt meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke, dass du keine Folge mehr verpasst.